Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Cube VR. Das letzte Mal habe ich ja ein bisschen meinen Stargate-Raum angefangen. Und ich hatte ja gesagt, dass ich das offline machen werde. Und das war auch die bessere Version, weil ich habe drei Stunden gebraucht, einfach nur um den Raum überhaupt erstmal zu machen. Da habe ich noch kein Licht richtig an der Decke gemacht. Noch nicht hübsch oder irgendwas, sondern wirklich nur ein Viereck. Okay, die eine Wand ist ein bisschen länger geworden. Habe ich dann wieder angepasst. Aber ja. Hä? Ich war gerade ein bisschen verwirrt, weil sich der Mond so komisch gedreht hat. Hm, aber ich muss sagen, wartet mal ganz kurz. Settings. Nachtlänge machen wir mal kurz etwas länger. Ah, mein Häuschen hat schon was. Also ich finde, das konnte sich sehen lassen. Hm, nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, ist hübsch. So. Ja, und heute werde ich halt noch ein bisschen in dem Raum nach unten arbeiten. Da ist ja einfach nur Zerstörung und Wand bauen dürfte machbar sein. Ich habe noch ein bisschen was an Limestone-Blocks dabei. Und für die Treppe möchte ich gern diese Diamond Plates nutzen. Dann brauche ich fünf Eisen für. Ich habe tatsächlich noch keine gemacht. Würde ich das einfach mal sagen. Mal gucken mal, wie die ausschauen. Ich finde, als Treppe, die sehen allgemein relativ geil aus. Also wenn man was Futuristisches bauen will. Genau, und damit will ich auf alle Fälle unten meinen Boden auslegen. Das ist cool. Ups. So. Ne, die sind cool, die nehmen wir. Zack, 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 zack. Gut, die da haben wir im Grunde alles. Würde ich sagen, gehen wir wieder in unsere Höhle. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann Gunnar R., Gunnar, ich glaube Gunnar, einer aus dem Discord, ganz gut verstehen. Der hat nämlich eine richtig geniale Höhle gebaut. So eine Zwergenminie, sage ich mal. Das sieht schon richtig cool aus. Und ich kann es total verstehen. Ich habe jetzt auch wieder eine ganze Zeit unter Tage verbracht. Das macht schon Laune. Hier habe ich übrigens die Fackel weggemacht. Dafür ist es jetzt hier etwas duster. Aber dafür kommt das hier ganz gut. Ich muss mal schauen, vielleicht mache ich ja den Boden noch ein bisschen anders. Auch schön in so einer Farbe hier. Oh, das Grün ist abgefahren. So sieht es hier jetzt erst mal aus. Also, es ist jetzt nicht der breiteste Raum. Aber ich finde, so nach hinten zu hat er auf alle Fälle was. Ich muss mir nur noch... Mit dem Licht habe ich jetzt erst mal so Neonröhren mäßig gemacht. Ich denke mal so, fürs Erste ist das eigentlich ganz okay. Hier hatte ich jetzt ein bisschen ungünstig gebaut. Etwas länger. Ein bisschen Eisen nehmen wir mal vorsichtshalber noch mit. Weil wir ja noch ein bisschen Eisen brauchen, um diese Diamond Plates, also diese Stahlplatten, zu machen. Wobei ich denke, das dürfte jetzt reichen, was wir hier haben. Ich hatte bisher tatsächlich eine relativ anstrengende Woche gehabt. Ich hatte zwei Tage, nachdem ich... Warte mal, ich patsche dich mal kurz hierhin. Oder eigentlich sogar einen Tag, nachdem ich das Video, das letzte Video aufgenommen habe. Hatte ich nicht schlafen können, war relativ früh munter. Und habe noch früh vor der Arbeit ein bisschen Beat Saber, ähm, Beat Saber sag ich schon, Cube VR gespielt. Und da ist halt diese Höhle im Grunde relativ schnell auch entstanden. Ein Tag später habe ich noch ein bisschen an meinem Evangelion gebaut. Da habe ich ja ein Beinchen fertig. Bin jetzt beim zweiten Bein auch schon so weit, dass ich einen Schuh habe. Wenn ich Glück habe, schaffe ich den Evangelion sogar noch vor meiner 50. englischen Let's Play Episode fertig zu bekommen. Da gibt es dann einen ganz großen Stream dazu, wie ich die letzten Feinheiten mache. So, hier gab es nochmal ordentlich. Warte mal, hier ist noch ein bisschen Eisen. So, gut, das reicht dann aber auch. Nein. Oh, von Kupfer, äh, von Eisen direkt auf Kupfer, ey. Das ist ja unnormal. Da soll noch mal einer sagen, Kisten wären teuer in der Rohstoffherstellung. Fängt man einmal an, irgendwo ein tiefes Loch zu buddeln. Und man wird nicht mehr vor Rohstoffen. Klar, in dem Augenblick, wo man sie braucht, findet man keine. Aber so wie jetzt, wo ich eigentlich erst mal keine Rohstoffe suchen will, finde ich natürlich massenhaft. So, hier brauchen wir noch ein paar Fackeln. Ich muss sowieso irgendwann mal schauen, dass wir das ein bisschen... ...hübsch machen. Oder zumindest einheitlich. Warte mal, ich nehme mal wieder mit. Okay, das ist... Okay, das ist... So ist okay. Jetzt machen wir ja wenigstens keinen Flächenschaden mehr an unseren gesetzten Blöcken, wenn wir hier mit Flächenangriff arbeiten. Das heißt, wir machen nicht aus Versehen wieder alles kaputt. Das kann man natürlich gleich ausnutzen. Wiii. Na komm. Ja, ab und zu geht mir einer kaputt. Das ist auch meine eigene Dusseligkeit. So. Schon wieder Eisen. So, das nehmen wir kurz mit. Hier läuft noch ein Eisenblock. Direkt abbauen wir es jetzt nicht mehr. Aber wenn es schon einmal da ist, kann man es hier auch mitnehmen. So. Mir fällt gerade ein, ich habe jetzt wieder kein Gesprächsthema. Aber das ist ja auch nichts Neues. Es gibt jetzt bald ein neues... Also es gibt jetzt nicht nur bald, es gibt es ja schon. Den Versuch ein neues, offenes, dezentrales... Netzwerk zu generieren, das ähnlich wie Kryptowährung funktioniert. Und dabei geht es halt darum, dass man einen kleinen Teil seiner eigenen Bandbreite im Grunde dafür hergibt, dass andere Leute diese Bandbreite mit nutzen können. Anwendungsgebiet, so wird es momentan angeboten, wäre unter anderem für selbstfahrende Fahrzeuge oder zum Beispiel auch für GPS-unabhängige Ortung von Elektrorollern und dergleichen. Ich habe gesagt, das ist ähnlich wie so eine Kryptowährung, einfach weil das auf einer Blockchain basiert, die halt ähnlich wie zum Beispiel Bitcoin dann die Menschen, die halt einen Teil von dem Internet zur Verfügung stellen, halt in der Kryptowährung bezahlt. Alles, was man halt braucht, um bei diesem Netzwerk Dinge mitzumachen, ist halt einen speziellen Router, den man für überteuert Geld kaufen kann. Ich glaube, der kostet 500 Euro hoch. Lass mich raus. So. Und momentan kann man damit tatsächlich ein paar tausend Euro im Monat machen, wenn man mehrere andere Menschen hat, die das auch haben, weil sich dieser einzelne Modem mit dem Modem anderer immer wieder absprechen muss, um zu gucken, ob man online ist. Und wenn man halt so wie ich in der Pampa wohnt, kann man das halt tatsächlich nicht nutzen. Und solange das halt hier in der Pampa nicht verbreitet ist, kann man auch das gesamte System nicht nutzen. Es soll jetzt auch keine Werbung dafür sein, dass man sowas machen soll. Ganz im Gegenteil. Aber es ist eine interessante Art und Weise, da ranzugehen. Weil ich habe ja auch jahrelang zum Beispiel bei Folding Atom teilgenommen, wo man dann zum Beispiel in der Alzheimer-Behandlung ganz gute Fortschritte machen konnte. Oder auch in der Krebsforschung. Oder jetzt die letzten Jahre auch sehr viel mit zum Beispiel Covid-19. Und das ist ja ein ähnliches System. Man gibt halt seine eigene Rechenleistung dafür her, um kleine, einfache Simulationen und Berechnungen durchzuführen. Und die Idee dahinter ist eigentlich nicht schlecht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas Kleines mache, wie ein YouTube-Video gucken, da brauche ich ja keine 100% meiner Rechenleistung. Und da kann man halt sowas nebenbei mitrechnen. Das finde ich ganz cool. Das machen zum Beispiel auch sehr viele Bürokomplexe in Berlin. Weil da kann man sich immer zu so kleinen Gruppen zusammenschließen. Da gibt es halt einige, die nennen sich dann zum Beispiel, keine Ahnung, das und das Office Berlin. Da sieht man halt, wie viele von den Leuten dann schon dazu beigetragen haben, irgendwelche Berechnungen von irgendwelchen Alzheimer-Molekülen dazu errechnen. Beziehungsweise die Medikamente, die man einsetzt in der Alzheimer-Bekämpfung oder Minderung. Das sagt man der Alzheimer-Therapie. Ich glaube, da sagt man Therapie dazu. Weil wirklich heilen kann man es ja nicht. Man kann es ja bloß zur Verschlimmung ein bisschen aufhalten. Die ganzen Krankheiten, wo man so geistigen Zerfall hat, die sind alle nicht besonders hübsch. Für den Betroffenen selber ist es meistens gar nicht so schlecht, weil die kriegen es ja gar nicht mit, dass sie gaga werden. Habe ich ja bei der Oma gesehen, die hatte Demenz. Die hat es ja selber nicht wirklich mitgekriegt. Es war halt für den Opa immer sehr anstrengend, wenn Oma mittendrin auf einmal Aussetzer hatte und gemeint hat, irgendwelche Dokumente wegzuwerfen oder irgendwo hinzulaufen, um Zeug zu horten oder unter den Teppich zu kacken oder irgend sowas. Das ist halt, der Oma selber hat es nicht wirklich mitbekommen, weil zu der Zeit, wo sie gerade wieder so einen Demenz-, ich sag mal Anfall hatte, da war sie für sich halt so selbstgesehen halt noch ganz normal, weil man kriegt es ja nicht mit, dass man anders in der Rübe ist. Ich kriege auch nicht mit, dass ich einen geistigen Klatsch weg habe. Das merke ich immer nur, wenn ich mit anderen Leuten rede und ich mitbekomme, was für komische Weltbilder die haben. Und ich mir dann so denke, hm, du bist schon glücklich, wenn du Anime gucken kannst und VR spielen kannst und andere Leute haben sonst sowas. Ne, aber halt, wie gesagt, für dich selber ist es ja... Bei Alzheimer weiß ich es tatsächlich nicht. Da denke ich mal eher, das ist für die Betroffenen tatsächlich auch ein bisschen schlimm, weil die halt mitbekommen, dass sie sich nicht mehr erinnern können. Ich finde sowas ehrlich gesagt ziemlich gruselig, wenn man merkt, dass es mit ihm irgendwo langsam zu Ende geht. Beziehungsweise, wenn man halt merkt, dass man nichts mehr merkt. Achso, wandtechnisch machen wir jetzt eigentlich ganz gute Fortschritte, finde ich. Ist halt bloß so verkleiden, das geht eigentlich recht flott. Müssen wir halt bloß gucken, dass man das irgendwie in der Mitte ausgeleuchtet bekommt dann. Weil hier geht es ja noch, hier haben wir ja noch Wand. So, da würde ich gleich mal sagen, machen wir hier noch ein bisschen und dann gleich ein paar Fackeln dran, wenn wir immer dabei sind. Wird nicht lange rumgefackelt, es werden Fackeln gemacht. Oder eigentlich gesetzt. Gemacht sind sie schon. Wobei ich da tatsächlich momentan einen ganz guten Kniff habe, wie man Rohstoffe sparen kann. Ob das wirklich so ist, kann ich ja gleich mal testen. So, wir haben Kohle. Ne, haben wir nicht. Okay, wir holen uns Kohle. So gut, das reicht sogar. So. Eins, zwei. Standard Fackelrezept. Zwei Holz, eine Kohle. Gibt vier Fackeln. So. Ich setze ein Holz. Benutze eine Eisenachst. Bekomme ich fünf Holz. Also fünf Processed Wood. So, Processed Wood und Kohle macht auch vier Fackeln. Das heißt, ich bekomme mit einem großen Holz zweimal vier Fackeln, also acht Fackeln. Das heißt, mit zwei Holz bekomme ich zehn Processed Wood und damit fünf Fackeln. Also ist es tatsächlich effizienter, sich mit Processed Wood Fackeln zu machen, als sich über die herkömmliche Art und Weise mit normalen Holz Fackeln zu machen. ist zwar relativ furcht, wenn man so wie ich in einer riesigen Welt wohnt, wo man Nein! eben mehr als genug Holz hat. Aber besonders am Anfang oder so wie jetzt, wenn man irgendwo mitten in einer Höhle ist und einfach nicht die Ressourcen hat, dann ist das schon eine relativ interessante Möglichkeit, Ressourcen zu sparen. Ich werde mal einen Entwickler fragen, ob das so bleiben kann, weil dann würde ich das vielleicht mal ein kleines Tipp-Video mit einbauen. Komm her! Das ist ja eigentlich was relativ Cooles, wenn man halt weiß, dass man ein bisschen Ressourcen sparen kann. Das ist halt, wie gesagt, wenn ich jetzt hier ein großes Höhlenprojekt habe und ich keine Lust habe, 20 Stacks an Holz mitzuschleppen, nehme ich einfach einen Stack mit und weiß, dass ich einfach das zweieinhalbfache an Facken rausbekommen kann, indem ich einfach mit einer Eisenachst die Bursestwood mache. Da komme ich natürlich nicht hin. So. Seht ihr, da habt ihr heute sogar was bei mir gelernt. und wieder ein bisschen was zur Wand gemacht. Ich hoffe mal, dass ich heute wenigstens ein bisschen was in dem Video schaffe. Hätte mir natürlich irgendwelche Gesprächsthemen vorbereiten können. Warte mal, hier machen wir noch. Also ich werde irgendwann auch hier ganz hübsch noch Fackeln setzen und alles ein bisschen aushübschen. Aber für das Erste ist es jetzt erst mal zweckdienlich. Oh nein! Haben wir noch grüne Farbe? Ja. Und wir haben sogar noch Steine. Hm. Als ob wir jemals Steine brauchen würden. Warte mal, die Flaggen einfach mal hier rein. So. Da hatte ich, da hinten seht ihr ja, dort hatte ich eine relativ große Ansammlung an na, wie heißen sie? Kristallen gefunden. So, ich denke mal, das reicht. Ich gucke mal schnell fix nach dem Rezept. Genau. Norm auf Nummer sicher zu gehen. So. Nicht, dass ich jetzt wieder stundenlanges falsches Rezept zusammenbaue. das wisst ihr ja vielleicht, wenn ihr euch noch dran erinnern könnt, habe ich schon öfter hingekriegt. Die Blöße muss ich mir ja jetzt nicht unbedingt nochmal geben. Ach ja, es gibt auch neue Achievements. Also neue Steam-Errungenschaften. Zum Beispiel ein Gecko hochheben, Glasblock setzen, eine Schmiede setzen, war es. Einen Eisenhammer machen und was war es noch? Genau, Eisenschmelzen. War Eisenschmelzen dabei? Weiß ich jetzt gerade nicht. Ich weiß nicht, ob Eisenschmelzen dabei war oder bloß der Vorschlaghammer. Ins Verbeten auf alle Fälle. Halt und Gecko hochheben. war natürlich, na kommt her, die Errungenschaften waren jetzt für mich natürlich keine große Sache. Einzige, was ich halt neu machen musste, ich musste nochmal einen neuen Hochofen bauen. Das war eine Sache von einer Minute, weil Stein habe ich ja genug, Kupfer hatte ich genug. Das ist halt der Vorteil, wenn man so wie ich schon eher so, ich nenne es mal Endgame ist. Auch wenn es hier nicht wirklich so nach Definition Endgame gibt. So. Na kommt. So, sehr schön. Ich habe die so verschachtelter da drinnen liegen, dass ich die nicht rausgezogen bekomme. also das nächste Mal nehme ich in eine etwas offenere Stelle. Komm, das kann doch nicht jetzt. Was wählt er auch jedes Mal erst den untersten Stein aus? Das macht er mich zu ärgern. Ah, stimmt. Etwas mit seinen Gravitationshänden an sich ranziehen, also das, was ich hier die ganze Zeit immer mache. Das gab es auch noch als Achievement. Das müssen jetzt glaube ich alle sieben gewesen sein. Achtung, das sind die Farben, ich wollte gerade sagen, regnet das. Aber draußen scheint eigentlich die ganze Zeit schon die Sonne. Hätte mich jetzt ein bisschen irritiert, wenn es geregnet hätte. Momentan ist ein richtig schönes Wetter. Aber natürlich morgen, morgen ist Donnerstag. Also wenn ihr das Video seht, ist morgen Donnerstag. Ist ja Männertag, da soll ja sogar das Wetter mistig sein. Da habe ich gar keine Lust drauf. Ich habe mich eigentlich gefreut mal wieder in den Garten zu gehen. Aber wenn es regnet, kann ich ja im Garten auch nicht viel machen. Habe ich mir schon fast gedacht. Entschuldigung. Ne, 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 nicht Eisen. Stein. Habe ich schon wieder 86 Eisen, Erz? Die Richtung. Pio, 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 pio. So, sehr schön. Aber wenn es jetzt morgen wirklich regnen sollte, dann werde ich zu Hause bleiben. Bisschen VR spielen. Das nächste englische Let's Play vom Cube VR machen. Und, pio. Vielleicht noch ein bisschen mein neues Fitness-VR-Spielchen spielen. Ich habe mir nämlich für 10 Euro The Thrill of the Fight geholt. Das ist ein Boxspiel. Ist von 2016. Eins der ersten VR-Spiele. Interessanterweise braucht das weniger Ressourcen als die SteamVR Home-Umgebung. und ja, das ist halt tatsächlich ein richtig geiles Boxspiel. Also anders als zum Beispiel Path to Glory heißt das glaube ich, das andere Boxspiel. Also das ist wirklich sehr realistisch. Da gibt es halt keine Superschläge und nichts Comic-Style-mäßig oder Arcade-mäßig, sondern halt wirklich es gibt nur sich selbst, den Gegner und seine Handschuhe. Das macht richtig Laune, das Spiel. Ich hatte das vor fünf Tagen das erste Mal gespielt. Da habe ich gegen drei Gegner geboxt. Danach habe ich mir gesagt, nee, du machst jetzt erst mal Pause. Nicht, dass dich der Muskelkater noch umbringt. Ja, Muskelkater hatte ich trotzdem mehr als genug gehabt. Aber jetzt geht es wieder einigermaßen. Da habe ich gestern noch mal drei Gegner geboxt. Und das ist so extrem, wie man es eigentlich seine Muskeln, weil dadurch, dass man halt so ein bisschen was Feedback hat und alles, ist man da auch wirklich gewillt, auch wirklich fest zuzuschlagen. Und dadurch nutzt man anscheinend wirklich seine ganze Kraft in die Schläge. Und das macht halt wirklich Laune, wenn man dem Gegner halt Hands of the 12 gibt und der dann einfach nur betröppelt guckt oder einfach nur dann die Gusche aufmacht, weil er auch selber Schmerzen hat. Ist zum Beispiel, man kann so Traumata hervorrufen. Wenn man immer auf dieselbe Stelle schlägt, dann tut ihm das irgendwann mal weh. Zum Beispiel, wenn man immer wieder auf den Bauch schlägt, hält er sich dann irgendwann relativ lange den Bauch und man hat genug Zeit, um ihn Ends of the 12 zu geben. Gleichzeitig muss man... Oh nein, 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 nein. Ach gut. Alles gut, okay. Ich habe jetzt echt gedacht, ich falle sonst wo hin. Da baue ich mir hier gleich mal so einen kleinen Weg nach oben. Schaust mal, dass ich da jetzt hier halbwegs hochkomme. Da ziehe ich gleich hier der Wand lang. So. Dann nutzen wir das doch gleich mal richtig aus hier. Ja, also Thrill of a Fight macht richtig Laune. Und wie gesagt, das hat 10 Euro gekostet und dafür macht man echt nichts verkehrt. So. Ich hoffe mal, dass die die Shockwave VR diese haptische Feedback-Weste, die ich auch gebackt habe, dass die die auch kompatibel mit dem Spiel machen. Weil das wäre schon relativ cool, weil da könnte ich dann direkt mit eigenem Körper-Feedback boxen. Und das stelle ich mir schon relativ cool vor. Ich würde sagen, gehen wir hier gleich mal nein runter. Machen das gleich richtig. hoch. So. Ah, jetzt brauche ich mal kurz Stein. Ich muss nämlich hier nochmal zumindest kurzteilig zumachen. So. Sehr schön. So, machen wir jetzt so. Machen wir hier gleich bis zur Wand hinter. Da ist die Ecke fertig. So. Komme ich da noch ran? Oh, ich komme gerade noch so rein. So. Ich denke mal, so können wir es jetzt erst mal kurz lassen. So, hier kann man wieder ein Stück wegmachen. So. Seht ihr, da haben wir das auch überstanden. Ja, ja, kann schon mal vorkommen, dass man irgendwelche Löscher fällt, wenn man Bergbau betreibt. So. Warte mal, kommen wir da ran? Sehr schön. Wir müssen ja nichts verschwenden. Oh, sehr schön. Graben wir uns hier wieder ein Stückchen hoch. Sehr schön. Herrlich, so muss das sein. Und weil ich ja das letzte Mal so schön oder das vorletzte Mal das vorletzte Mal das letzte Mal habe ich ja versucht, Rezepte aufzuerzählen, was vielleicht ganz gut funktioniert hat, ich weiß es nicht. Aber das vorletzte Mal habe ich ja ein bisschen rumgeschimpft und gemeckert über irgendwelche Menschen, denen man nichts Rechtes machen kann. Und da habe ich jetzt wieder solche Experten gehabt. Da war einer, der hat vor einer ganzen Weile mal auf Steam QPR schlecht bewertet, weil das Spiel Englisch ist. Und er sieht es halt nicht ein, wenn ein Deutscher Entwickler ein Spiel macht, dass das Englisch sein soll. Da habe ich so gesagt, ne, aber du musst überlegen, es sprechen mehr Leute Englisch als Deutsch. Warum soll der Entwickler jetzt sein Spiel bloß auf den deutschen Markt bringen, wenn er mit Englisch eine viel größere Reichweite hat? Und das nächste ist, in QPR braucht man nicht die besten Englischkenntnisse. Mein Englisch ist jetzt auch nicht unbedingt Rang 1 oder 2. Ich denke, es würde nicht immer Rang 3 richtig erreichen. Aber ihr seht ja selber, das einzige, was hier Englisch ist, ist die Bezeichnung. Und Stone für Stein, Dirt für Dreck, ich denke mal, das schafft auch der durchschnittliche Minecraft-Spieler. Also da braucht man kein Sprachstudium. Also ich glaube nicht, dass man Anglistik studiert haben muss, um QPR spielen zu können. Ja, es könnte vielleicht ein bisschen irritierend wirken, dass man Englisch schreiben muss, aber selbst im Discord gibt es eine Ecke, wo man auf Deutsch seine Fragen stellen kann, wenn man absolut kein Englisch kann oder will. Ich meine, es kann auch sein, dass man es nie hatte, wenn man jetzt ein bisschen älter ist, hatte man es halt nie in der Schule. Oder so wie ich. Ich hatte es zwar in der Schule, aber ganz ehrlich, Schulenglisch, damit kommt man nirgendwo weit. Mit meinem reinen Schulenglisch würde ich nirgendwo kommunizieren können, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber für QPR reicht es allemal. Weil Settings, was man da so hat, Musik, Hans, Zeiss, kann man sich ja denken, dann Teleport, Locomotion, das kann man sich ein bisschen zurecht schreiben und letzten Endes eigentlich fast jedes andere VR-Spiel ist auch Englisch. Und da hat sich jetzt vor kurzem halt nochmal einer, also habe ich damals halt schon gesagt, warum Englisch, da habe ich halt gesagt, ja, nicht unbedingt Deutsch, weil damit reduziert man nur sein künftiges Spielerklientel und letzten Endes der Entwickler lebt davon, dass er die Spiele verkauft und wenn er die Spiele an alle Deutschen verkauft, ist es irgendwann an alle verkauft und dann gibt es halt auch kein Geld mehr. Da kann man es da am Anfang erst mal direkt an alle, die Englisch sprechen, verkaufen, was im VR-Markt ein Großteil der Spieler ist, weil ich habe schon zwei verschiedene japanische YouTuber gesehen, die QVR-Videos gemacht haben. Also ja, und ich glaube nicht, dass ein Japaner oder Chinese oder, keine Ahnung, Südafrikaner, die haben ja auch Internet, dass einer von den unbedingt ein deutsches Spiel spielen würde. Ja gut, Südafrika vielleicht noch, war ja mal deutsche Kolonie, aber selbst da nicht unbedingt. Oh, ich habe meine Decke noch gar nicht fertig, sehe ich gerade. was bin ich denn für eine faule Schlampe? Das geht ja gar nicht. Nee, also, komm ich da ran? Ich komme nicht immer ran. Das geht ja gar nicht. Nee, also, sowas schlampiges. Das ist der reinste Fusch am Bau. Nee, 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 nee. Auf alle Fälle hat sich ja jetzt wieder ein Neuer reingehangen, der auch gemeint hat, dass es Bullshit ist, dass der Entwickler in englischsprachige Leute verkaufen will. Das ist ein deutscher Entwickler, der hat Deutsch zu machen. Und da habe ich mal die Zeit genommen und 10 Sekunden lang das schlaue Google und Wikipedia gefragt, was ja auch deren Hauptinformationsquelle sein dürfte, weil selber denken ist ja nicht. Auf alle Fälle hat auch Wikipedia gesagt, Deutsch wird von etwa 128 Millionen Menschen gesprochen, Englisch von etwa 1,2 Milliarden. Könnte noch vielleicht ein bisschen mehr sein, wenn man die Inter mit dazu nimmt, aber die haben ja nicht alle nur Englisch. Und da habe ich halt auch geschrieben die Zahlen und hat dazu gesagt, dass halt zehnmal so viele Leute Englisch sprechen als Deutsch sprechen. Und sehr viele die Deutsch sprechen, sprechen ja auch Englisch. Ich habe letztens erst ein YouTube-Video gesehen von einem Engländer, der hier in Deutschland so Roadtrip gemacht hat 2018. Da war irgendwo in Oberfranken. Da gibt es so Rending-Maschinen, also so Verkaufs-Maschinen, wo man frische Milch direkt in so selber mitgebrachte Glasflaschen abfüllen kann. Das fand ich halt relativ cool, aber hat es nicht zum Laufen gebracht. Da hat er die Betreiberin, das war so eine etwas ältere Dame, gefragt und selbst die konnte gut Englisch Englisch Also ja, also wenn selbst eine alte Oma aus Bayern Englisch kann, dann sollte das doch für irgendwelche normalen jungen Menschen kein Problem sein. Da habe ich auch nochmal geschrieben, es geht nicht darum, dass ihr zwei Schneeflöckchen da jetzt kein Englisch sprechen könnt oder wollt, sondern es geht darum, alle anderen haben kein Problem damit. Und es ist ja nicht viel dazu. Ist ja nicht so, dass du jetzt hier 10.000 Seiten Text lesen musst. Das ist kein älter School Game, wo es Milliarden Bücher gibt, die man lesen kann. Ich meine, selbst Minecraft war die ersten Jahre Englisch. So, wie machst du jetzt hier am besten? Gut. ist ich weiß nicht. Ich bin jetzt schon wieder relativ am Ende von meiner Episode und ich denke mal, ich werde den ganzen Tunnel hier einfach nur selber aushöhlen offline. Weil ich habe jetzt da hinten die Wand, die im Übrigen relativ geil sieht geschafft. Aber wenn ich so weitermache, dauert es wirklich noch 100 Episoden, bis das hier fertig ist. Und ich will noch was anderes machen irgendwann in der Zukunft. Dann würde ich sagen mache ich die Stargate Höhle fertig im Off. Und zack. Wir machen dann im Grunde bloß das Stargate zusammen. Ich denke mal, da ist uns ein bisschen mehr geholfen. Es seien ihr sagt jetzt quatsch mal über irgendein Thema. Hat man ja schon mal. Da hat mich ein lieber guter Karl gefragt, ob ich mal ein bisschen was erklären könnte, wie ich VR sehe und so weiter. So was kann wir machen. Oder wenn ihr wollt, dass ich wieder was erkläre. Ich hatte letztens im englischen Livestream kurz über verschiedene Druckarten geredet. Falls ihr da Interesse dran habt, vielleicht mal sowas zu erfahren, kann ich darüber quatschen, während wir hier rumbuddeln. Das dürfte kein Problem sein. Ansonsten würde ich hier das Ding einfach, wenn ich die Zeit finde, das offline irgendwann fertig machen. Und dann sind wir einfach soweit, dass wir zusammen Stargate bauen können. Als nächste Idee hätte ich dann tatsächlich eventuell so ein 3D-Art von Millennium-Falken aus Star Wars. Oder halt einen relativ großen DeLorean und ein Kid aus Knight Rider. Das wäre nicht schlecht. Aber halt der Millennium-Falke, der würde jetzt nicht unbedingt hierher passen. Wäre tatsächlich auch ein bisschen aufwendig. Ich kann ja mal gucken, wie tief wir müssen. Wobei selbst das machen wir nicht. wir machen jetzt erstmal Schluss für heute. Sonst wird die Episode wieder 700 Stunden lang. Das kann und will ich euch nicht unbedingt antun. Komm her. So, hier machen wir noch alles ein bisschen weg. Ich denke mal, ich mache hier so eine freistehende Treppe runter. Oder ich verkleide die komplett Entschuldigung oder ich verkleide die komplett mit diesen Diamantenplatten also diesen Stahlplatten. Könnte ich eigentlich auch machen. So. Lassen wir hier so anfangen. hier mal kurz weg. die sammeln wir wieder ein. Dann würde ich sagen, kann man das so lassen. Da haben wir dann, wenn wir hier reinkommen, links und rechts so eine Stahlplatte und dann geht es hier einfach Stahltreppe nach unten etwa ich denke mal bis hier so in etwa hin dann von hier wieder so einen leichten Weg nach oben dass dann hier so etwa die Höhe vom oberen Stargate-Bereich ist. Anwaltpanel brauche ich auch noch irgendwo eins. Muss ich mal gucken dann nehme ich vielleicht diese Matrix-Glöcke dafür oder irgendwas anderes tolles. Vielleicht mache ich schon wieder meinen eigenen Block. So, Decke war ja fertig. Warte mal, hier kommen wir noch ein bisschen. So. Ah! Ist noch die Decke zu niedrig. So. Hier ist noch eine dunkle Stelle. Das wäre ich irgendwann dann, wenn das Ding fertig ist. nochmal genau gucken, wie wir das am besten ausleuchten können. Eine Schlängelbahn. Vielleicht machst du wirklich einfach ganz symmetrisch aller fünf Meter irgendwie eine Fackel oder so. Ich weiß es halt noch nicht. Du kommst! Aua! Eh! Komme ich jetzt gerade nicht ran? Warte mal, wo bin ich überhaupt? Ich habe gerade mein eigenes Kabel von der Decke runtergezogen. So, würde ich sagen, stecken wir jetzt mal die ganzen Kristalle ins Licht, dass die sich wieder aufladen können. Und dann war es das für heute. Um vielleicht noch mal ganz kurz auf mein Geschimpfer zurückzukommen. ich finde es halt blöd, das Spiel schlecht zu bereden, weil es nicht in Deutsch ist. Also, ganz ehrlich, seid doch froh, dass es eine Sprache ist, die ihr halbwegs könnt. Weil, ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt auch viele Spiele von polnischen oder schwedischen Entwicklern, die sind englisch. Und da bin ich auch froh, dass es einfach englischen Text hat, weil ich kann schwedisch. Holnisch kann ich auch nicht wirklich. Also, ja, froh sein, dass man überhaupt was kriegt, das ist die Devise. Aber manchen Leuten kann man es halt einfach nicht recht machen. Das ist halt das Schade. Das ist so hübsch. Ich mag es hier. einfach mal hübsch. Ich mag diese Weitsicht. So. Ja, also, sonnig. Guti. Dann werde ich für heute Schluss machen. Wie gesagt, ich werde es noch ein bisschen boxen. Haha. Ha. Werd dazu auch wahrscheinlich in den nächsten Tagen mal ein Review-Video machen, wenn es mir ein bisschen besser geht und ich alle Gegner mindestens einmal durchgeboxt habe. Ja, ansonsten, wie immer, danke fürs Zusehen. Falls ihr Gesprächsthemen habt, immer raus damit, dann würde ich einfach ein Loch buddeln und darüber quatschen. Ansonsten würde ich einfach gucken, dass ich jetzt das ganze Ding soweit außerhalb vom Video fertig mache, um euch halt nicht allzu sehr zu langweilen. Also mir persönlich macht es halt trotzdem Spaß, das Loch zu buddeln. Das ist letztens auch. Ich höre da immer irgendwelche Podcasts oder irgendwelche Musik-YouTube-Videoplaylists. Das ist schon ganz nett. Ja, aber es ist halt für euch vielleicht, wenn ihr natürlich sagt, jo, wollen wir unbedingt sehen, wie du eine Stunde lang auf Steine einklöppelst? Apropos Steine einklöppeln. Ne, das erzähle ich das erzähle ich lieber nicht. Also, guti. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.